Lufthansa 62 Papa, Gate 56, Request Pushback Lufthansa 62 Papa, Push and Startup Approved, Facing South, QNH 1011 Facing South, QNH 1011, Lufthansa 62 Papa Gut, dann machen wir Pushback, Nose, Left, Tail, Right, das ist dann South Und, achso, wir müssen hier noch die Initial Climb Altitude einstellen im Autopilot, das hatte ich eben vergessen Und dann wählen wir das hier aus Dann müssen wir noch die Wheel Shocks wegnehmen Und dann geht es hier jeden Moment mit dem Pushback los Ja, der Pushback Truck ist connected Da rollt schon eine Kondo zur Piste 06 Ride Ich glaube, der fliegt auch nach Frankfurt Vielleicht holen wir den gleich wieder ein Wir sind ja mit der 747 wahrscheinlich ein bisschen schneller unterwegs Ja, und dann geht es jetzt hier jeden Moment los Ja, Releasing, auf geht's kus und dann geht's Volling 206 Volling 206 Wind 060 Degrees 16, solo Runway 06 Ride, clear for takeoff Clear for takeoff 06 Ride, volume 206 Ride Condor 7, Delta, behind the traffic on the path, line up on way, runway 06 right behind Line up on way, runway 06 right behind, Condor 7, 06 Colmar Control, Lufthansa 6 to Papa Yep, go ahead Lufthansa 6 to Papa, for this short flight to Frankfurt We are very light with the 747 here actually And if possible we would like to cancel the initial climb altitude of 4000 feet and climb straight to our cruise level Or to any other higher level, because we will have a very high climb rate after departure Lufthansa 6 to Papa, copy, approve, climb flight level 120 Okay, thank you, climb flight level 120, Lufthansa 6 to Papa So, done Engines 2 and 1 start Und dann Stellen wir hier anstatt 4000 Fuß jetzt 12.000 Fuß ein, beziehungsweise Flight Level 120 Denn da wir ja keinen derated takeoff machen Wenn wir hier gleich extrem hohe Steigraten haben Und das wäre dann blöd, wenn wir schon auf 4000 Fuß wieder ausleveln müssten Ich will ja mal schauen, was der hier für so ne, was der für so ne, was der für so ne, Climb Performance dann hinlegt Bei dem Gewicht Ja, Setting Parking Brake Und dann müssen wir noch gerade warten, bis alle Triebwerke gestartet sind Ja, alle Engines sind gestartet, dann machen wir die APU aus Die Damond Bumps alle auf Auto Die Packs machen wir alle wieder an Dann machen wir die Flight Directors an und den Auto Throttle an Und armen LNAV und VNAV Flaps 10 So, der Pushback Truck ist Disconnected Dann können wir hier die Flight Controls testen Boeing 206 Identify Climb Flight Level 160 2 0 Flaps Level 160 Wolves 206 We're in 206 danke Good palma control, wir wollen Taxi Tracklist 3 2879 Solicito Autorización Hasta Londres Taxi, Anti-Ice Auto, Wancel Checkt, Afterways Wir wollen TRY4 Gatwick via Galant 3-Bravo, vor der 06-Derecha, die initial 6.000, responda 6-2-1-0. Gut, dann können wir jetzt hier momentan los rein. Ja, wir können auch schon mal die Take-off-Checklist lesen, das ist nur ein Item, Fax 10-Asset, und dann haben wir das noch mal hier. Ja, der Take-off-Trust 105,7% N1, wir brauchen minimal, oder Minimum 98,8, das passt auch, und dann geht's jetzt hier los. Lufthansa 6-2-Papa, request taxi. Lufthansa 6-2-Papa, taxi to Holding Point, runway 06, right via Gate Kilo and South. Via Kilo and South, Lufthansa 6-2-Papa, and we can accept intersection, I guess it's Echo 4. Lufthansa 6-2-Papa, Kilo South, and Holding Point, Hotel 6, check the long runway. Oh, sorry, we can accept Hotel 8, if you are okay with that. Ja, okay, no problem. Pre-brake, Condor 7, Delta, Wind 06, zero degrees, one six knots, runway 06, right, KF Take-off. KF Take-off, 06, right, Condor 7, 06. Ja, ich hatte den, die Bezeichnung von dem Intersection vergessen, deswegen gab's jetzt die grad ein bisschen Verwirrung, aber jetzt haben wir's ja geklärt. So, da startet die Condor. Dann wünschen wir dem einen guten Flug nach Frankfurt. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir den gleich nochmal einholen können, denn wir fliegen ja jetzt auch nach Frankfurt. So, Intersection Hotel 8, das ist dann nicht hier links, sondern der übernächste Taxway nach links. Ja, und dann bin ich jetzt echt mal auf die Clim-Performance gespannt. Also, ich schätze mal, wir werden so Steigraten gleich fliegen zwischen 6000 Fuss und 8000 Fuss pro Minute. Condor 7, Delta, identify, climb flight level 120. Climb 120, Condor 7, Delta. Lufthansa 6, 2 Papa, ready for departure 6, right. Lufthansa 6, 2 Papa, line up runway 06, right. Lining up runway 06, right, Lufthansa 6, 2 Papa. So, hier geht's links rum, auf die runway drauf. Ja, dann können wir auch schon mal alle Lichter anmachen, die wir jetzt brauchen. Und dann müssen wir nur noch auf die Takeoff-Clearance warten. Lufthansa 6, 2 Papa, new QN8, 1 0 1 0, brake, wind 0 6 0 degrees, 1 6 knots, runway 06, right. Lufthansa 6, 2 Papa, QN8, 1 0 1 0, and clear take off runway 6, right. Ja, 1 0 1 0, habe ich gerade noch korrigiert. Korrigiert, und dann geht's jetzt hier auch direkt los. Parma Control, good afternoon, Stilett, 299, Mike, Juliet, A3, 20, Neo, Stunt 2, 0, request a clear answer to me for. Stilett, 299, Mike, Juliet, we're closing, monitor, Unicom 122, the same way, bye bye. Unicom 122, thanks. So, engines laufen gleichmäßig hoch, take off. Dann schauen wir mal, wie lang der Takeoff-Clearance-Clearance-Clearance-Clearance-Clearance-Clearance-Clearance-Clearance-Clearance-Clearance-Clearance. Ja, unchecked, außerdem Takeoff-Power set. Und es geht schon hoch. Oh, der Reimklin. So, ich lasse direkt den Autopilot fliegen. Da. Ja. Schauen wir mal, wie schnell das hier oben geht. Ciao, ciao. Unicom 122, thanks. Unicom 122, thanks. Unicom 122, thanks. Boah, ist das ein Pitch-Up, ey. Gryffin 28. Gryffin 28. Wir sind ja schon über den Berg, oder? Hammer. Unicom 122, ciao. Boah, hammer. Unicom, Gryffin 2879. Boah, schaut euch an, wie schnell das hier nach oben geht, ey. Ciao. Da ist der Flughafen. Wir sind grad mal über das Ende der Runway drüber hinweg geflogen. Climb-Tensor 62 Papa, identify Climb-Tensor level 120. Containing level 120, Lufthansa 62 Papa. So, Flaps 5. Dann auch Flaps 1. Ja, er reduziert jetzt auf Climb-Trust, okay, aber wir werden trotzdem weiterhin hohe Steigraten haben. Flaps up. Außerdem, können wir mal auf den Standard-Luftdruck hier umswitchen. Last Station calling, we're closing. Please contact, äh, monitor Unicom 122, 08. Buenas tardes, Barcelona, ciao. Nice climb rate, boss, yeah. So cool. Walling 208. Rocket climb out, yeah. Monitor Unicom 122, 08. Buenas tardes, Barcelona, ciao. Okay, increasing to 50 now, until passing level 100. Then to high speed, and then... ...let's see... ...how fast we can climb. ...or how fast we can't climb. I don't know. Boa, 6000 feet per minute, 6400 now. Lufthansa 62 Papa, monitor Unicom 122, decimal 8, adios. 2028. Thanks for your service. Lufthansa 6 to Papa. Ja. Passing Level 100. Increasing to High Speed now. We can switch over to Unicom. Set the Standard Squawk here again. Ah ja. And then let's continue our climb directly to Cruise Level 430. Switch off all lights. We don't need anymore. And then let's have a look on the PFT here. Now passing Level 120 now. We are at High Speed. And the climb rate is raising again. Now the engines are in climb truss now. Almost at full power. Now we have 6500 feet per minute. Okay, so slightly reducing again. Okay, seems we can keep 5000 feet per minute continuously. But we were almost at 7000 feet per minute. A few seconds ago. Maximum was 6500. Yeah, and we are almost at Flight Level 200 already. Damn. Okay, let's take a look outside again. Yeah, we are already passing the East Coast here of Palma. And yeah, look at this beautiful landscape here. The beautiful mountains. So cool. Such a great island.